Wenn es etwas gibt, ganz tief in deinem Genissen, etwas was schon immer da war, in allen Anfangen und davor, etwas was hinter den Kulissen, im Kern, nur ganz tief in dir drinnen. Schon immer, alle Antworten ertragen wird, auf alle Fragen, ist schon immer jede Weisheit, jedes Wissen, was du je brauchen willst, in sich atmen, jede Kraft, die du je brauchen willst, schon immer beteiligt wird, jede Energie, aus dem von allen Anfangen meine Lebenskraft unerfällig geströmt hat, nicht gestärkt hat. Etwas, das vielleicht in manchen Sternstunden spürbar und ganz stark wahrnimmt, in schwierigen Zeiten, vielleicht unter der Unterfläche, in der Borgene gewirkt hat, nicht zu stärken. Eine innerste Quelle, Kraft, Licht und Weisheit, tief in deinem Kern, was wäre in diesem Punkt. Einv statisticier undqualified beteiligt dort und ledigend sehr vielen Anfangen aus, seit einem Jahr von uns gespielert, sogar in dieser Zeit im Kernbau, das doch immer versteht sich für die Aufmerksamkeit, die es einfach anfilatでき, Untertitelung des ZDF, 2020